Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The book of light, book of books, and savior of mankind. Aum. Was meine ich mit dieser etwas aggressiven Aussage? Euch werde ich den Guru schon noch austreiben. Denn, meine Lieben, wohin hat denn dieses ganze Guru-Gequatsche in der Welt uns gebracht? Das waren doch zu 99,999% Lügner, Betrüger, meistens noch Pädophil und so weiter und so weiter. Das geht hoch bis zu den höchsten Kirchenfürsten, wo man ja immer möchte. Der Mensch hat immer ein Verlangen, dass da ein Stellvertreter Gottes zu ihm spricht. Wenn in der Bibel selber steht, du sollst dir von Gott kein Bild machen? Die Gurus, meistens, gerade diese, möchte gern Gurus auf dem Internet, die kassieren Millionen, versprechen dir irgendwas, was sie nicht halten können. Ich bin nicht jemand, schon gar nicht, der vollkommen ist oder sowas. Ich gebe die Lehre nur weiter, die man mir diktiert hat. Was ich mache, soll euch nicht bekümmern. Und was ihr macht, bekümmert mich auch nicht. Ich versuche allerdings, so viel kann ich über mich aussagen, nach der Lehre zu leben. Gelingt mir aber nicht immer. Da kenne ich viele, die das Buch des Lichts haben, die das besser können als ich. Ja. Also, nehmt euch die Lehre als Guru. Aber einen menschlichen Guru zu nehmen, das ist ein großes Risiko. Meistens verschwindet er am Schluss mit eurem Geld in die Schweiz und ihr hört nie mehr was von ihm. Und alle, auch die anderen Gurus, ich kannte den Osho, der war sehr lieb, den hat man vergiftet. Ja, der ist seine Sekretärin, die dumme Kuh, kann ich schon fast sagen, die wollte er als Nachfolgeguru sogar einführen. Die ist mit dem Geld in die Schweiz abgehauen. Ja, meine Lieben, und damit leidet ja auch die Lehre selbst. Denn zum Beispiel der Osho hat wunderbare Dinge gesagt, die aber jetzt natürlich dann durch den Verlauf der Sache abgeschwächt werden, die Wirkung der Worte. Und das Ganze wackelt so ein bisschen. Denn man hat ja das, was er sagt, verbunden mit dem, was er ist. Und das geht nicht. Jawohl, ich predige Wasser und trinke Wein, manchmal. Ja, und deshalb, Entschuldigung, ja, da seht ihr, ja, ich benutze eine unvollkommene Struktur, die husten muss, um zu euch zu sprechen, um euch die perfekte, vollkommene Lehre weiterzugeben. Das Buch des Lichts soll euer, wenn ihr wollt, euer Wegweiser sein. Wohin? Ja, nicht nach draußen, zurück. Zum Ursprung, zu deinem Ursprung, den du verlassen hast. Ich habe ihn auch verlassen. Und jetzt sind wir hier in diesem Quatsch, ja, in dieser Geisteskrankenwelt, regiert von Geisteskranken. Aber es gibt einen Weg raus. Das ist vielleicht dann noch nicht für alle möglich. Aber wenn ihr euch das Buch des Lichts als Guru nehmt, den könnt ihr haben. Aber einen menschlichen Guru, und das meinte ich mit euch, werde ich den Guru schon noch abgewinnen. Ja. Euch werde ich den menschlichen Guru schon noch abgewinnen. Viele sagen jetzt, ja, die Meister, wenn die jetzt sprechen würden über den Bildschirm, wenn der Meister, wenn ich ein Meister wäre, oder sagen wir mal, ein Schohan würde zu euch sprechen, ihr könntet keine drei Worte aushalten, weil sein Kundalini würde durch den Bildschirm brechen und würde euch zerplatzen lassen. Das sind super hohe Wesenheiten. Die brauchen normale Menschen wie mich, um auch wiederum euch aufmerksam zu machen auf die vollkommene Lehre. Und die ist das Buch des Lichts. Die könnt ihr niemals gucken. Kein Problem. Aber wenn ihr, viele von euch haben das immer noch nicht verstanden, die sagen, ja Christian, wenn das so und so ist, warum bist du so und so? Das geht dich nichts an. Wende mich ab von diesem Denken. Das hat durch die Billionen von Jahren nur Leid verursacht. Weil der Mensch immer einen Gott auf Erden wollte. Immer eine perfekte Manifestation. Aber alles, was Form hat, außer den Körpern der Meister, also den Gurus, aber das könnte der Meister ja selber kommen und zu euch sprechen. Das geht aber nicht so. Das geht nicht so. Es geht nur als Transformation. Schau mal, wenn du eine Batterie hast, die auf 20 Volt arbeitet, und du hast aber nur eine Steckdose mit 220 Volt, dann setzt du einen Trafo, dann setzt du dazwischen einen Herunterzieher, einen Transformator der Spannung von hoch auf niedrig. So ist das mit dem Meister und mir. Der Meister ist hoch, ich bin niedrig im Vergleich natürlich. Und deshalb sollt ihr nicht danach gehen, was ich sage. Wenn ich sage, liest das Buch, das liest, sollt ihr auch nicht danach gehen. Auch nicht. Ich gebe es nur weiter. Mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Ich habe es versprochen, als ich obdachlos in Los Angeles unter der Brücke saß. Und das ist es. Und ich tue es. Ich gebe es weiter. Ich muss nicht mal selber dran glauben. Ich habe nur ein Versprechen erfüllt. Macht damit, was ihr wollt. Wenn ihr einen Guru wollt, geht doch zum Dalai Lama, sage ich immer. Ja? Schaut euch meine Videos über den Dalai Lama an. Viel Glück, viel Glück. In der Sex-Sekte vom Lama. Ja? Falls ihr das braucht. Das Buch, das liest, das höchstes Wissen. Und ich gebe das weiter, so gut ich kann. Ja, andere können es besser. Aber das ändert nichts an dieser, an der Situation. Da ist das Wissen. Nimm es oder lass es bleiben. Ich sage nicht mal, folgt dem Buch, das liest. Sage ich nicht. Ich sage nicht mal, glaubt, was ich sage. Sag ich auch nicht. Nee, nee. Ich werde euch den Guru schon noch abgewöhnen. Lieb und Licht on. Far away from the city noise Just listen, just listen, and you will see. It's the Guru in you And the Guru in me The light on the path Shall set you free The master is calling He is waiting for you It's the Guru in me And the Guru in you Life is just like a blink of an eye In eternity This crazy world This crazy world In which we're living Is not reality Keep searching Keep searching Keep searching Keep searching And you will find Der Guru in dir und der Guru in mir Die Licht auf dem Weg shall set dich frei Der Master is calling, he is waiting for you Es ist der Guru in dir und der Guru in dir Der Master is calling, he is waiting for you Der Master is calling, he is waiting for you Om Alipadliam 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 Keep searching, keep searching And you will see It is the Guru in you and the Guru in me The light on the path shall set you free The Master is calling, he is waiting for you It's the Guru in me, oh, and the Guru in you It is the Guru in me and the Guru in you